ZDF heute live, herzlich willkommen. Weltweit ist heute wieder großer Klimastreik. In mehr als 80 Ländern wollen sie von Fridays for Future wieder auf die Straße gehen. Und sie sind es auch schon. Zum Beispiel wie hier in Italien, in vielen, vielen Städten auf der ganzen Welt. Unter anderem in Neapel, Turin und Mailand fordern sie einen entschlosseneren Kampf gegen die Erderwärmung. Auch in Polens Hauptstadt Warschau sind vor allem junge Menschen auf den Straßen und kritisieren einen zu laschen Klimaschutz durch ihre Regierung. Und ähnliche Bilder und gleiche Forderungen gibt es auch im indischen Neu-Delhi. Und in Deutschland in mehr als 400 Städten. Und das zwei Tage vor der Bundestagswahl. Ganz besonders blicken wir natürlich nach Berlin. Mehr als 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dort erwartet. Und eine von ihnen ist Greta Thunberg. Und wir werden gleich ihre Rede live übertragen und sie auch hier live im Interview in der Sendung haben. Schreibt eure Fragen an sie. Sehr gerne wie immer, wie gewohnt in die Kommentare oder an die eingeblendete und bekannte E-Mail-Adresse zdf-heute-live-at-zdf.de. Wir blicken nach Berlin, wo die Demo seit 12 Uhr losgelaufen ist, losgegangen ist. Vor Ort ist unser Reporter Carsten Behrendt mittendrin. Carsten, das ist der achte weltweite Klimastreik und auch du warst schon öfter mit dabei. Ist dieser denn aber jetzt zwei Tage vor der Bundestagswahl schon irgendwie was Besonderes? Merkt man das auch in der Stimmung? Ja, Christina, man merkt schon, dass das Thema hier groß ist. Wir haben auch nochmal mit den Organisatoren gesprochen, inwieweit der Termin bewusst gewählt ist. Denn es ist ja eine weltweite Abstimmung. Und da wurde schon gesagt, dass in den Gruppen halt gesagt wurde, Deutschland hat halt eine besondere Bedeutung. Also machen wir diesen Streik eben auch zwei Tage vor der Wahl. Und Luisa Neubauer, die viele ja kennen aus der Bewegung, die hat vorab gesagt, dieser Bundestagswahlkampf sei aus ihrer Sicht wirklichkeitsbefreit. Und deswegen sei es halt wichtig, heute noch mal eine Botschaft zu senden, auch von den jüngeren Menschen, die die ganze Bewegung auch in Gang gebracht haben, die eben noch nicht wählen können. Wir hören, es ist schon sehr laut. Vielleicht, wir sehen auch, es sind viele da. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr... Ja, ich kann dich auch gerade noch so hören auf meinem Kopfhörer. Sehr gut. Ich rede auch lauter. Vielleicht können wir auch ein bisschen mehr noch sehen, wer denn da heute gekommen ist. Wen hast du denn so getroffen? Sind es eher jüngere Leute? Sind es ältere Leute? Ist es generationenübergreifend? Sind es viele Schüler? Wer ist denn alles da? Ja, es sind wirklich sehr, sehr viele Menschen, sehr unterschiedliche da. Das ist auch was, was wir in den letzten Jahren auch, letzten Jahren ist ja noch eine junge Bewegung, bei den letzten Klimastreiks auch beobachtet haben, dass viele Familien komplett kommen, dass Eltern mit ihren kleinen Kindern da sind. Wirklich aber auch viele Schüler, alle Altersgruppen dann eben auch Studentinnen, Studenten, Wissenschaftler sind ja hier sehr stark auch aktiv. Also es ist schon eine Bewegung, die sehr breit ist. Und es gab ja auch Redebeiträge von einer Oma for Future, die halt gesagt hat, mir ist eure Zukunft so wichtig und deswegen möchte ich hier auf der Bühne stehen und dieses Zeichen setzen. Und mir ist auch hängen geblieben ein sehr junger Teilnehmer, der auf der Bühne stand und sagte, ich bin jetzt zehn Jahre alt. Und wenn ich in acht Jahren wählen darf, dann ist das Klimabudget, also das CO2-Budget weitgehend aufgebraucht und dann ist es eigentlich schon zu spät und er bittet halt an die ältere Generation doch jetzt für seine Zukunft zu wählen. Also schon sehr, sehr politisch. Und ich habe jetzt auch ein paar von den Menschen, die hier sind, uns rausgesucht, damit wir mal deren Stimme hören und ich nicht nur davon erzähle. Hier hinten zum Beispiel ist die Annelie. Du bist aus Berlin, ne? Ja. Du bist 13 Jahre alt. Warum bist du denn heute gekommen? Mit der Schulklasse? Nein, ich bin mit meiner Mutter da und wir sind heute hier, weil wir Angst haben, dass noch durch die Erderwärmung noch weitere Probleme auf uns zukommen und die Regierung, die neue, jetzt endlich mal richtig hart durchgreifen sollte. Okay, warst du denn schon mal bei so einer Demo oder ist es jetzt das erste Mal? Nein, ich bin schon zum dritten Mal hier und es hat mir jedes Mal sehr viel Spaß gemacht. Neben dir steht deine Mutter, die du gerade eben schon angesprochen hast, Maria Funk. Sie sind mit der Tochter nun zusammengekommen. Wer hat denn die Initiative gegeben? Ich glaube, das ist so am Küchentisch entstanden. Also es ist jetzt nicht, dass ich speziell gesagt habe, wir gehen da hin und ihr müsst, sondern die Kinder sind, sagen wir mal, sehr bereitwillig mitgekommen, weil das oft thematisiert wird bei uns. Und warum ist es so wichtig, jetzt gerade zwei Tage vor der Wahl oder spielt es für Sie eine Rolle, gerade heute hier zu sein? Ja, also ich glaube, dass einfach in den letzten Jahren die Bundesregierung nichts unternommen hat, um die Vereinbarung vom Pariser Klimaabkommen wirklich zu erreichen. Und ich finde auch nicht, dass die Wahlprogramme aktuell so aussichtsreich sind, dass man annehmen könnte, dass das erreicht wird. Okay, vielen Dank. Dann noch viel Spaß hier auf der Demo. Es gibt ja noch ordentlich Programme und auch die Rede von Greta. Bist du deswegen auch hier wie in Greta Thunberg? Ja. Freust du dich auf die? Ja. Okay. Gut, wir gehen mal hier noch ein kleines Stück weiter, denn hier haben wir noch, vielen Dank, eine sehr bunte Gruppe. Die drei hier, da blüht es auf dem Kopf, das sind, ich muss kurz auf meinen schlauen Spicker gucken, Soniva, Claire und Vanessa. Soniva, was hat es denn mit eurem Kopfschmuck auf sich? Gern die Maske auch. Ich halte ein bisschen Abstand. Ja. Claire ist eine wundervolle Künstlerin und Klimaaktivistin. Wir wollen mit Kunst zeigen, über Emotionen, wie schön unsere Natur ist, wie schön unsere Umwelt ist und zeigen, wofür wir kämpfen wollen für diese Schönheit und auch gleichzeitig darauf aufmerksam machen, wie viel von diesen Arten auch schon längst ausgestorben sind, die wir niemals wieder zu Gesicht bekommen werden. Darf ich ganz kurz? Claire, du hast mir erzählt, du kommst aus den USA, aus Kalifornien, lebst jetzt seit sieben Jahren in Berlin. Ist das eine weltweite Geschichte? Deine Freunde bekannten in den USA? Weißt du von denen, ob die auch heute auf die Straße gehen oder reden wir über ein weitgehend deutsches Phänomen? Nein, es ist auch in den USA sehr wichtig. Es ist ein globales Problem und meine Freundinnen in den USA, sie streiken auch heute. Claire, du hattest davor gesagt, du hast Angst, ob du wirklich auf Deutsch antworten kannst. Das machst du super. Die Botschaft aber hier auch an die deutsche Politik. Was ist dir wichtig? Denn du lebst ja hier auch in dem Land, du darfst ja aber nicht wählen. Ja, stimmt, ich darf nicht wählen, aber ich würde trotzdem meine Botschaft hier bringen, dass wir müssen die Natur schützen und wir sind auch Teil von der Natur. Und ja, das ist eine, wie gesagt, eine globale Botschaft. Und ja. Soniva, einige hatten ja gesagt, diese Bewegung sei schon auch durch Corona so gut wie tot. Es tut sich nicht mehr so super viel. Jetzt, wie ist es heute, dieses Gefühl, hier mit so vielen Menschen zu sein? Unbeschreiblich. Wir haben eben schon gesagt, ich glaube, wir waren alle drei noch nie in einer Menge, in so einer großen Menge. Das heißt, du hast dich bislang auch nicht groß im Thema Klimaschutz engagiert? Oh doch, doch, das schon. Aber ich habe noch nie diese Menge an Menschen gehabt. Ja, ja. Und wie wirkt das jetzt? Ist es ein kraftvolles Signal oder eher beängstigend, weil man es nicht mehr gewohnt ist mit dem ganzen Corona? Ähm, ich finde es sehr kraftvoll, zu sehen, wie viele Menschen hier gerade zusammengekommen sind für Veränderung, für systematischen Wandel und dass wir alle hoffentlich aufpassen mit Maske und Abstand, aber... Ja, ich auch gerade, ich merke es schon. Ja, nein, aber es ist ein sehr ermutigendes Gefühl. Okay. Vielen Dank an euch drei und eure bunten Masken. Super, super gebastelt, Claire. Ja, Christina. Ja, Carsten, in der Tat sehr, 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 sehr eindrucksvoll. Danke an dich und deine Gesprächsgäste. Und Carsten, wie geht es denn jetzt weiter? Also Greta wird sprechen. Wir haben auch gerade schon gehört, viele sind auch gekommen, um sie einmal zu sehen und zu erleben. Seit 12 Uhr, stimmt das? Geht die Demo schon? Was passiert jetzt als nächstes? Ja. Also es ist ja ein großes Bühnenprogramm, was hier läuft. Es gab auch schon musikalische Auftritte. Kloseau zum Beispiel wird noch auftreten. Ich habe Katja Riemann gesehen hinter der Bühne, also auch Schauspieler, die hier sind. Und um 14.30 Uhr erwarten wir die Rede von Greta Thunberg, auf die sich wirklich hier viele freuen und auch froh sind, dass sie hier vor der Bundestagswahl dann eben nochmal die Unterstützung hier in Berlin von ihr haben. Wir haben gesehen im Internet auf Twitter zum Beispiel, der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, hat getwittert, dass er sehr dankbar ist für die Bewegung, dass sie auch heute wieder demonstriert. Da erleben wir dieses Aufspringen auf diesen Klimazug von Olaf Scholz, von einem Kandidaten im Netz. Erleben wir das auch vor Ort? Sind da auch Politikerinnen und Politiker, die versuchen da heute nochmal diese Bühne für sich zu nutzen als Wahlkampf? Also ich habe in den ganzen Mengen hier noch keine prominenten Politikerköpfe gesehen, auch niemanden auf der Bühne. Es gab die Umweltministerin Svenja Schulze, die halt heute Morgen noch gesagt hat in einem Zeitungsinterview, diese Gruppen haben schon mehr erreicht, als sie vielleicht selber glauben, weil eben das Thema Klima im Wahlkampf so weit oben steht. Aber redende Politiker haben wir hier noch nicht gesichtet. Dann vielen Dank für den Moment, Carsten Behrendt. Wir sind live wieder in Berlin, wenn die Rede von Greta Thunberg beginnt. Dankeschön, Carsten, dass du für uns vor Ort warst. Und um es dazu zu sagen, die Fridays for Future Bewegung hat sich auch schon sehr davon distanziert, vereinnahmt zu werden und hat übrigens auf Olaf Scholz geantwortet, dass sie auch gegen seine Politik demonstriert. Also da werden klare Trennlinien gezogen zwischen Fridays for Future und der Politik. Aber natürlich ist es zwei Tage vor der Wahl eine große Frage, wie gehen die Parteien auch mit dem Klimaschutz in ihren Programmen um und welche Impulse können von dieser Demo heute ausgehen? Und darüber sprechen wir jetzt mit Professor Harald Lesch in München, bekannter Wissenschaftsjournalist und jetzt hier bei uns in der Sendung. Grüße Sie, Herr Professor Lesch. Und außerdem mit dabei Professor Karin Pittel, seit 2010 Direktorin des Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen des IFO Instituts in München. Frau Professor Pittel, wenn Sie gerade die Dame mit dem blühenden Kopfschmuck gehört und gesehen haben, die hat sehr viel positiven Spirit mitgebracht und sehr viel gute Energie, die sie dort gespürt hat. Was glauben Sie, wie viel davon werden die Parteien für sich nutzen und welche Signale gehen von dieser Demonstration heute vor der Bundestagswahl aus? Der Zeitpunkt ist natürlich ideal, kurz vor der Wahl, das muss man sagen. Aber ich würde mir wünschen, es gäbe kurz nach der Wahl, wenn die Koalitionsverhandlungen laufen, tatsächlich auch nochmal so eine Demonstration. In den Wahlprogrammen der Parteien steht ja einiges drin, wenn man es kumuliert. In einzelnen Programmen sind sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Aber man muss im Prinzip alles zusammenschmeißen, damit man, glaube ich, eine Chance hat, überhaupt die Klimaziele, die Deutschland sich gesetzt hat, zu erreichen. Also insofern, ich hoffe sehr, dass diese positive Stimmung, diese Aufbruchsstimmung auch mit in die Koalitionsverhandlungen reingeht. Aber ich denke, also das ist meine grundlegende Hoffnung, dass wir das tatsächlich auch erleben werden, weil kurz vor der Wahl stand jetzt alles still, da hat sich nicht mehr viel bewegt. Das ist nicht groß überraschend. Aber nach der Wahl wissen die Parteien, was im neuen Klimaschutzgesetz steht, was das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, was die EU macht. Und da muss einfach sehr viel passieren, sonst werden wir die Ziele nicht erreichen. Herr Professor Lesch, einen Kommentar möchte ich gleich aufgreifen von Detlef Papke über Facebook. Kids macht weiter so. Ohne euch würde man heute nicht so über Klimaschutz und Umweltschutz reden wie heute. Ihr habt vielen ins Gewissen geredet und zum Nachdenken geführt. Danke. Sehen Sie das genauso? Ja, also ohne Zweifel hat Fridays for Future unglaublich viel bewegt, weil die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit, um mal dieses neudeutsche Wort hier zu verwenden, die ist viel, viel größer geworden. Und man muss einfach sehen, dass wenn Kinder auf die Straße gehen, Kinder und Jugendliche auf die Straße gehen, dann ist das eine unglaubliche moralische Keule. Ob man will oder nicht, man kann sich dem nicht entziehen, dass also hier unsere Jüngsten an uns Erwachsene appellieren, tut endlich das Richtige. Ihr wisst schon lange, was das Richtige ist. Und die Emphas, die Leidenschaft, mit der die Kids das machen, ist einfach großartig. Und das beschämt ja auch viele offizielle, es beschämt auch viele offizielle Institutionen, dass sie über all die Jahrzehnte eigentlich nicht das gebracht haben, was sie schon längst hätten bringen sollen. Denn ich finde es schon interessant, dass ausgerechnet unsere Kinder und Jugendliche auf einmal in die Gesellschaft hineinschreien, folgt der Wissenschaft. Und daran sieht man natürlich, was für eine große Lücke da auch ist zwischen dem Handeln und dem, was, also zwischen dem, was sein soll und dem, was tatsächlich passiert. Das, was sein soll, hat Fridays for Future sehr klar formuliert. Antoine Kursch-Hilgen fasst die Forderungen von Fridays for Future zusammen. Das Ziel von Fridays for Future, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, also die Begrenzung der globalen Erderwärmung auf 1,5 Grad. Außerdem Klimaneutralität bis 2035, Kohleausstieg bis 2030 und 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung bis 2035. Die Treibhausgasemissionen sollen so schnell wie möglich stark reduziert werden. Deswegen fordern die Klimaaktivisten folgende Maßnahmen sofort. Keine Subventionen mehr für fossile Energieträger, ein Viertel der Kohlekraft abschalten, eine CO2-Steuer auf alle Treibhausgasemissionen. Der Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen soll so hoch sein wie die Kosten, die dadurch künftigen Generationen entstehen, also 180 Euro pro Tonne CO2. Herr Lesch, Luisa Neubauer von Fridays for Future fordert einen radikaleren und konsequenteren Klimaschutz von einer neuen Bundesregierung, in dem dann das am Ende umgesetzt werden kann, was in diesen Forderungen, die wir gerade gesehen haben, enthalten ist. Wie realistisch ist das? Wie machbar ist das? Gute Frage. Fast hätte ich gesagt, nächste Frage. Also ich würde mal sagen, dass der gute Wille in der Politik durchaus vorhanden ist, dass aber in einer so durchverwalteten Gesellschaft wie unserer doch sehr, sehr viele Hürden zu überwinden sind, um endlich das zu tun, was dringend notwendig ist, nämlich zum Beispiel die erneuerbaren Energien wirklich massiv auszubauen. Da gab es ja in den letzten Jahren, in den letzten fünf, sechs Jahren ganz verschiedene Hemmschuhe, die es zum Beispiel geschafft haben, dass viel zu wenig Windräder gebaut werden, dass viel zu wenig Photovoltaik aufgebaut wird. Das heißt, alles das, was wir hätten tun können ohne großen Aufwand, haben wir nicht getan, weil Verwaltungsvorschriften, Genehmigungsverfahren und dergleichen mehr das Ganze so gestoppt haben, dass wir heute zum Beispiel, was den Ausbau der Windkraft betrifft, fast auf einen Nullpunkt angelangt sind. Und die Forderungen, die sind völlig korrekt und man muss allerdings auch sehen eben, dass tatsächlich hinter der Politik ja ein großer Verwaltungsapparat steht, der entscheidet letztlich darüber, ob die Energiewende ein Erfolg wird oder nicht. Die Politik kann Ziele formulieren, noch so viel sie will, wenn dann in der praktischen Umsetzung einfach viel zu viele Hindernisse da sind, dann passiert da nichts. Das heißt, es kann sein, dass obwohl der politische Apparat in Deutschland ganz klare Vorgaben macht, letzten Endes sehr, sehr viel in Verwaltungshand, in der Umsetzung nachher, so schwierig und so gehemmt passiert, dass letzten Endes die Ziele nicht erreicht werden. Selbst dann, wenn alles wollen, haben wir uns inzwischen, glaube ich, so durchverwaltet, dass wir da wirklich fast in den Wald von Vorschriften hineinschlagen müssen. Und eine der wichtigsten Forderungen, finde ich, ist die Abschaffung von Subventionen. Denn ich weiß, dass meine Kollegin Karin Pittel gleich mit dem Geld kommen wird und in den Subventionen steckt ja unglaublich viel Geld. Also wenn ich mich recht erinnere, gibt es einen Katalog von dem Bundesamt für Umwelt und da gibt es einen Katalog über umweltschädliche Subventionen. Das sind von 50 Milliarden die Rede. Das heißt, wir reden hier über einen großen Topf von Geld, den wir ausgeben, ausdrücklich für umweltschädliche Subventionen. Und daran sieht man einfach, da ist noch viel, viel zu tun und Frau Neubeier hat natürlich recht, radikale Änderung ist notwendig. Die Frage ist nur, ob unsere Gesellschaft und auch die Art und Weise, wie wir verwaltet und wie wir zusammenleben, ob das einfach dem entsprechen kann oder ob da noch ganz andere Veränderungen notwendig sind. Frau Pittel, ich weiß, Sie diskutieren nicht zum ersten Mal. Sie sitzen zusammen im Bayerischen Klimarat. Sie haben auch schon für Terra X über die CO2-Steuer diskutiert. Deshalb weiß ich, dass Sie durchaus unterschiedlicher Meinung sind. Würde gerne aber, bevor Sie in die Diskussion gehen, nochmal gucken, wie die Parteien sich denn vorstellen, mit dem Klimawandel umzugehen. Auch das haben wir nochmal zusammengefasst. Die AfD ist als einzige Partei gegen das Pariser Klimaabkommen und den sogenannten Green Deal der EU. Teil dieser Maßnahmenpakete, die Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad und Klimaneutralität bis 2050. Die AfD lehnt dieses Ziel ab. Die FDP möchte Deutschland bis 2050 klimaneutral machen. CDU, CSU und SPD bis 2045. So steht es auch im aktuellen Klimaschutzgesetz. Die Grünen peilen spätestens 2041 an. Die Linke 2035. Auch bei den Energiequellen gibt es Differenzen. Die AfD lehnt den bereits beschlossenen Kohleausstieg bis 2038 ab. Die FDP weist darauf hin, dass der Ausstieg mit enormen Herausforderungen verbunden sei. SPD und CDU, CSU bekennen sich zum vereinbarten Ausstieg. Die Grünen und die Linke wollen ihn schon bis 2030. Solaranlagen auf allen geeigneten Dächern fordern die Grünen, SPD und die Linke. Die CDU möchte die Technologie ebenfalls fördern. Die FDP verweist auf die Bedeutung solcher Anlagen. Allein die AfD warnt vor Nachteilen der Solaranlagen. Und sie möchte auch Standorte für Windkraftanlagen stark begrenzen. Alle anderen Parteien wollen in Windenergie investieren. Grüne und Linke wollen ab 2030 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr zulassen. SPD und CDU, CSU erwähnen kein konkretes Datum. FDP und AfD lehnen so einen Zulassungsstopp ab. Tja, also viele unterschiedliche Positionen. Der Dickkopf schreibt, die Wahrnehmung in der Bevölkerung ist, sobald man Klima Fridays for Future hört, verbindet man dies direkt mit den Grünen. Beziehungsweise man denkt direkt an die Grünen. Dass dem jetzt nicht unbedingt so sein muss, sehen wir, wenn wir in die Programme gucken, fast alle Parteien haben den Klimaschutz mehr oder minder für sich entdeckt. Frau Professor Pittel, sehen Sie da eher Gemeinsamkeiten oder Differenzen? Wir wissen, es wird mindestens eine Zweier- oder eher Dreier-Koalition geben am Sonntag, je nachdem, wie die Ergebnisse sind. Aber da werden viele Kompromisse geschlossen werden müssen. Sehen Sie da große Baustellen oder viele Gemeinsamkeiten? Bei den Zielen sehe ich eigentlich schon eine Menge Gemeinsamkeiten. Wenn man jetzt mal abzieht von dem genauen Zeitpunkt des Ausstiegs quasi, also der Klimaneutralität und dem genauen Zeitpfad, sehe ich schon viele Gemeinsamkeiten. Aber wie man die Emissionen runterbringt, da sind sich die Parteien durchaus uneins. Das haben wir gerade eben ein bisschen gesehen. Auf einer Seite vielleicht jetzt mal die FDP, auf der anderen Seite die Grünen. Die einen, die eigentlich alles versuchen, über den CO2-Preis zu erreichen. Die anderen, die den CO2-Preis zwar auch erwähnen, aber eben nicht so eine Rolle zuweisen. Zu den 180 Euro vielleicht nur ganz kurz dazu gesagt. Es ist insofern ganz interessant, dass es ja einen Riesenaufschrei schon gab, als die Grünen vorgeschlagen haben, im Prinzip den Anstieg des deutschen CO2-Preises um drei Jahre vorzuziehen. Also auf 60 Euro zu erhöhen. In drei Jahren wären wir da sowieso. Aber die Grünen auch selber in ihrem Parteiprogramm quasi vor 180 Euro waren. Gleichzeitig hat das Bundeswirtschaftsministerium in der Studie festgestellt, selbst mit 180 Euro würden wir die alten, niedrigeren Klimaziele bis 2030 nicht erreichen. Also man sieht schon, dass jeder hat ungefähr bestimmte Vorstellungen, zum Beispiel CO2-Bepreisung einzusetzen. Aber die Differenz dazwischen, was man denkt, was wirtschaftlich machbar ist, was gesellschaftlich und akzeptanzmäßig umsetzbar ist und was die Parteien sich trauen, das ist doch ganz erheblich. Herr Lesch, sehen Sie das auch so? Ja, in der Tat. Die Parteien müssen sich natürlich ja immer wieder zur Wahl stellen. Und die Wählerin und der Wähler sind jetzt auch nicht unbedingt alle so radikal wie die Klimaaktivisten. Das heißt, wir haben durchaus das Problem, überhaupt mal Bevölkerung so weit zu kriegen, dass sie insgesamt darin mitgehen. Und alle Versuche in den Parteiprogrammen, das zu formulieren, das sehen wir ja auch in den verschiedenen Zieljahren, wann soll denn was geschehen. Das ist ja für viele Leute, entweder ist es noch weit weg, oder aber es ist gar nicht klar, was ist denn damit eigentlich gemeint mit klimaneutral. Geht es hier nur um den Stromsektor? Oder wie müssen wir uns das eigentlich vorstellen, wenn wir mehr und mehr Bereiche in Zukunft mit elektrischem Strom betreiben wollen, also mit Strom, der aus Erneuerbaren kommt, wie groß sind eigentlich die Veränderungen, die sich dann auch für unser Auge in unserem Land widerspiegeln würden. Denn momentan sind wir es ja gewohnt, der Strom kommt aus der Steckdose, die Kraftwerke sind irgendwo weit weg. Aber die Zukunft der Erneuerbaren wird unser Land massiv verändern. Wir werden viel, viel mehr mit Energieproduktion, mit Energiespeicherung, mit Energieverteilung zu tun haben. Und ich glaube, dass es für die Parteien ganz schwierig ist, da eine Vision zu entwickeln, die für die Bürgerinnen und Bürger, gerade auch kurz vor der Wahl, sagen wir mal einigermaßen attraktiv ist. Es klingt alles eher wie eine Veränderung, die nicht so viele positive Seiten hat. Und dass eben diese negative Erzählung sich so durchgesetzt hat bei vielen Parteien, das macht es natürlich vor der Bundestagswahl für die Parteien schwer, dieses Thema positiv zu besetzen. Eine Frage geht an Sie von Joe Pex. Herr Lesch, was wäre der Worst Case, der eintreffen würde, wenn die ganze Menschheit nichts gegen den Klimawandel unternehmen würde? Um Gottes Willen. Na ja, also, wo fange ich denn an? Ich fange am Nordpol an. Das Eis ist weg. Das heißt, die Erde wird sich in der Arktis sehr stark erhitzen. Wir werden, der Permafrost wird auftauen. Das heißt, es wird noch viel mehr treibhausaktives Gas freigesetzt werden, in dem Fall Methan. Der Meeresspiegel wird steigen, weil die Gletscher nicht nur in der Arktis, sondern auch im Grönland, also auf Festland, verschwinden werden. Also, wir werden Meeresspiegelanstieg kriegen. Es wird katastrophale Folgen für die Bevölkerung auf allen Kontinenten haben, die an den Küsten lebt. Wir werden mehr Extremwetterereignisse bekommen. Also alles das, was wir jetzt sozusagen schon mal in einer Miniaturversion vor uns sehen, bei den großen Extremwetterereignissen, den Bränden in Sibirien, den Bränden in British Columbia und so weiter und so weiter, alles das wird sich noch deutlich verschärfen und wird natürlich die Lebenssituation der Menschheit ganz gewaltig beeinträchtigen, bis hin dazu, dass eben weite Teile unseres Planeten gar nicht mehr bewohnbar sind. Da gibt es fürchterliche Szenarien, da geht es um the number of days above deadly threshold, also wo es so warm ist, dass wir uns noch nicht mal mehr dagegen kühlen können. Und das würde bedeuten, dass weite Teile um den Äquator auf der Welt nicht mehr bewohnbar sind. Das ist genau das, wovor Greta Thunberg warnt. Und wir können sehen, dass sie jetzt gerade in Berlin dabei ist, auf die Bühne zu kommen. Deshalb freue ich mich darauf, mit Ihnen gemeinsam die Rede von Greta Thunberg zu hören und danach noch einmal einzuordnen und gebe jetzt ab nach Berlin auf die Bühne vor dem Deutschen Bundestag und bin gespannt auf die Rede von Greta Thunberg. Hallo Berlin! Danke schön fürs Kommen! Wow, hier sind ja so viele Leute. Es freut mich unheimlich, so viele Leute hier vor mir zu sehen. Das ist schon eine Weile her, dass ich so viele Leute vor mir gesehen habe. Da muss ich mich jetzt erst mal einen Moment dran gewöhnen. Wir streiken heute in der ganzen Welt, insbesondere hier auch in Berlin, unter dem Hashtag Uproot the System, weil genau das wollen wir tun. Das war ein sehr turbulentes anderthalbes Jahr. Es ist eine Zeit, wo wir daran erinnert wurden, wie verletzlich wir sind. Wir wurden auch daran erinnert, wie schnell sich die Dinge verändern können, wie sich die Dinge von heute auf morgen komplett ändern können. Wir haben in einigen Ländern der Welt gesehen, wie es ist, wenn man eine Notsituation wirklich als Notstand behandelt und alle Bestimmungen und Normen auf einmal ändert. Aber während dieser Krise hat sich die Klimakrise natürlich nicht verabschiedet. Die Emissionen von CO2 in die Welt waren noch nie so hoch, in den letzten drei Millionen Jahren nicht. Und 2020 war gemeinsam mit 2016 das heißeste Jahr, was je aufgezeichnet wurde. Und wir haben extremes Wetter festgestellt in der ganzen Welt. Viele Menschen sind diesen extremen Wetterbedingungen zum Opfer gefallen. Nicht zuletzt auch hier in Deutschland. Und wenn uns diese Pandemie eins gezeigt hat, dann ist es, dass die Klimakrise noch nie wie eine richtige Notsituation, wie ein Notstand behandelt wird. Und wir wissen, dass keine politische Partei genug tut. Bei weitem nicht. Aber es ist sogar noch schlimmer. Selbst das, was sie vorgeben, vorzuhaben, würde nicht reichen, um die Vorgaben des Klimaabkommens zu erreichen. Wenn wir uns die unterschiedlichen Klimapolitiken der politischen Parteien anschauen und das vergleichen mit den IPCC-Daten, dank derer wir unter 1,5 bleiben würden, dann sehen wir, dass da eine Riesenlücke klafft. Nicht eine Partei ist sogar in der Nähe, einen Weg vorzuschlagen, der uns in die Nähe der Erreichung der Klimaziele bringen würde. Klar ist es wichtig, zur Wahl zu gehen, aber das reicht allein nicht. Wenn wir sicherstellen wollen, dass wir eine sichere Zukunft auf diesem Planeten Erde haben, dann müssen wir aktive Bürger sein und wie heute wirklich auf die Straße gehen. Als Aktivistinnen und Aktivisten. Wir müssten echte Klimaaktivistinnen und Aktivisten werden und echten Wandel einfordern. Denn Bedenkt, Wandel ist nicht nur möglich, er ist auch erforderlich. Und wenn genug Leute Wandel einfordern, dann wird es auch zu Wandel kommen. Am Wahltag oder auch danach. Und deswegen müssen wir so lange kämpfen, bis es dazu kommt. Die Klimakreise ist eine akkumulative Krise. Die CO2-Emissionen, die wir jetzt ausgeben, werden jahrtausendelang noch da oben bleiben. Und es geht um unsere derzeitige und zukünftige Missionen. Und es geht um auch die historischen Emissionen, aber auch die Emissionen, die wir heute noch in die Luft abgeben und auch in der Zukunft. Und deswegen braucht es den Klimawandel. Deutschland ist das viertgrößte Land, was die CO2-Emissionen in der Geschichte angeht. 80 Millionen Menschen leben hier. Deutschland ist objektiv einer der größten Klimasünder. Aber nicht nur stehlen wir unseren Kindern und unseren Enkeln die Zukunft, sondern auch denjenigen, die bereits jetzt unter den Folgen des Klimawandels leiden und die am wenigsten einen Beitrag dazu geleistet haben. Und jetzt nach der Pandemie sagen viele, wir werden das nutzen als Möglichkeit für eine grüne, nachhaltige Erholung, was auch immer das bedeutet. Und die Führungsleute sprechen, building back better. Das heißt, die definieren irgendwelche fernen Klimaziele, um vorzugeben, dass sie Maßnahmen ergreifen. Aber die Tatsache, dass wir in einer Krise sind, aus der wir uns nicht rausbauen oder investieren können, das zeigt, wie kurzsichtig die Leute an der Macht sind. Und solange die vorgeben, dass wir die Klimakrise mit dem jetzigen System lösen können, umso mehr wertvolle Zeit werden wir vergeuden. Aber selbst wenn wir das ignorieren, wenn wir bedenken, dass wir das Geld investieren, das Geld, mit dem man jetzt eigentlich building back better anstrebt, also was Besseres nach der Krise erzielen möchte, dann sehen wir, wie heuchlerisch unsere Politiker sind. Das, was die als grün definieren, ist nicht grün. Nur zwei Prozent der Regierungsausgaben sind in die Richtung grüner Energien geflossen. Und 2021 wird das Land sein mit dem zweithöchsten Emissionsanstieg jemals. Und die globalen Emissionen werden um 16 Prozent ansteigen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2010. Ja, das habt ihr richtig gehört. Das heißt, immer wieder zeigen die Politiker, welches ihre richtigen Interessen sind und diejenigen, die an der Macht sind. Und es ist nicht überzeichnet, wenn ich sage, dass es denen anscheinend wirklich scheißegal ist, wie es uns geht. Und das können wir nicht mehr den Machthabern überlassen, dass die sich dieser Sache alleine annehmen. Ja, wir müssen abstimmen. Ja, ihr müsst alle zur Wahl gehen. Aber bedenkt bitte, dass das nicht ausreicht. Wir müssen weiter auf die Straße gehen. Wir müssen unsere Führungspolitiker ansprechen und fordern, wirklich Klimaaktionen zu ergreifen. Es gibt keinen Weg zurück. Aber es gibt die Möglichkeit, eine Wende zu erzielen. Die Menschen sind bereit für den Wandel. Wir wollen Wandel. Wir fordern Wandel. Und wir stellen den Wandel dar. Ja, wir sind der Wandel. Danke so much. Danke schön. Ganz herzlichen Dank. Danke schön. Danke. Von Greta Thunberg in Berlin. Danke so much. Und damit sind wir wieder hier zurück im Studio. Sie hat ihre Thesen noch einmal wiederholt. Sie hat davon gesprochen, dass keine politische Partei genug tut, um dem Klimawandel zu begegnen. Sie hat noch einmal Deutschland benannt als viertgrößten CO2-Emittenten, einer der größten Klimasünder in der Geschichte, wie sie sagt. Und sie hat gesagt, es ist den Politikern, ich zitiere, scheißegal, wie es den jungen Leuten geht. Und das muss sich ändern. Ihr müsst wählen gehen, hat sie gesagt, aber ihr müsst auch weiter auf die Straße gehen und für unsere Ziele kämpfen, für die Ziele von Fridays for Future. Ich möchte wieder Professor Harald Lesch zurück in die Runde holen und Frau Professor Pittel vom IFO-Institut in München. Frau Professor Pittel, wie hat das auf Sie gewirkt? Ist das die Wiederholung von dem, was wir schon kennen, aber mit noch mehr Rage und Furor, weil man sieht, in Deutschland geht es um eine Wahl. Es geht darum zu wählen und es geht darum, Politiker aufzurütteln und Wahlversprechen und Themen auch in Inhalte und konkrete Politik umzusetzen. Also überrascht hat es mich jetzt nicht. Also es passt schon zu dem, was Fridays for Future ja immer auch vertreten hat. Und im Prinzip die Feststellung, dass wir mit den aktuellen Programmen nicht mal unsere Ziele einhalten. Unsere Ziele führen nicht zu 1,5 Grad. Das ist, denke ich, jetzt auch nichts Neues. Aber das Wichtige ist eben, dass das tatsächlich dann auch in den Koalitionsverhandlungen nicht untergeht. Man sieht im Moment deutlich, wenn man sich Umfragen anschaut, Klima ist zumindest bei den Umfragen, die ich kenne, wichtiger als Corona inzwischen wieder. Aber das spiegelt sich eben bisher nicht wirklich in langfristigen, fundamentalen Maßnahmen wieder. Gibt es hier mal ein Subventionsprogramm und da mal wieder einen Aufschlag. Aber wir brauchen halt wirklich einen grundlegenden Wandel und der ist nicht in zwei oder vier Jahren zu schaffen. Das heißt, in der nächsten Legislaturperiode müssen ganz viele Dinge angestoßen werden, damit wir überhaupt eine Chance haben, die Ziele, die uns jetzt das Klimaschutzgesetz vorgibt, auf Druck des Verfassungsgerichts, damit wir die überhaupt erreichen. An der Stelle fordere ich gerne nochmal dazu auf oder ermuntere und ermutige dazu, Ihre und eure Fragen zu stellen, die ich dann sehr gerne gleich an Greta Thunberg weitergebe, wenn sie bei uns hier im Interview ist, wie immer in die Kommentare oder an ZDF heute minus live at ZDF.de. Herr Professor Lesch, bei allem, was sich in Richtung Deutschland richtet an Forderungen, kommt sehr reflexartig bei vielen die Antwort, ja Moment, wir mögen vielleicht der fit größte CO2-Emittent sein, aber da sind ja noch China und da ist ja noch Russland und Indien. Was können wir denn schon ausrichten, wenn wir hier so viel Klimaschutz machen? Was antworten Sie da? Na ja, die Standardantwort ist natürlich, natürlich können wir viel ausrichten. Deutschland ist über lange Zeit ein Exportweltmeister gewesen, hat hervorragende wirtschaftliche Kontakte in die ganze Welt verdient, Geld damit eben Waren und Technologien zu exportieren. Mit anderen Worten, wenn wir endlich mal anfangen würden, tatsächlich auch Technologien im Bereich der Erneuerbaren so zu exportieren, dass wir damit anderen Ländern die Fehler ersparen, die wir gemacht haben, dann wäre natürlich viel gewonnen. Wir sind für viel mehr Emissionen verantwortlich als nur die berühmten 2%. Insgesamt hat Europa ja viele dreckige, also CO2-emittierende Industrien irgendwo hin outgesourced, wird es ja genannt. Das heißt, die Umweltschäden entstehen woanders, aber nicht mehr in Europa. Bei uns ist die Luft sauberer geworden, bei uns ist das Wasser sauberer geworden und, und, und. Und trotzdem stehen wir natürlich als diejenigen da, die ganz massiv für diese Emissionen verantwortlich sind. Und ich kann nur sagen, in der Rede von Greta Thunberg ist endlich mal wieder das Wort Notfall gefallen. Das ist nämlich was ganz anderes als eine Krise, die sich irgendwie handeln lässt. Wir müssen uns alle mal daran erinnern, was passiert denn eigentlich, wenn da ein Notfall vor uns ist? Oder also wenn einer der Lieben von uns, jemanden, den wir kennen oder wie auch immer, wir sind in einer Notfallsituation, dann spielen auf einmal die ganzen Terminpläne, die wir gehabt haben, unser Termingelände, das spielt keine Rolle mehr, sondern es muss jetzt geholfen werden. Und das klingt natürlich nach Alarmismus, aber das muss es inzwischen auch, denn die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Lebensbedingungen sind so dramatisch, dass man fast gar nicht mehr anders kann, als tatsächlich mindestens einmal in der Woche regelmäßig noch mal daran zu erinnern, wie katastrophal die Situation ist. Und es ist in der Tat die Frage, wie Karin Pittel das ja eben auch gesagt hat, wie wir das tatsächlich umsetzen wollen. Es ist eine große, eine riesengroße Aufgabe und es ist höchst bedauerlich, dass wir so viele Jahre haben, ja, wir haben sie verdattelt förmlich, weil wir unter anderem auch gerade in der Politik über Jahrzehnte eher auf diejenigen gehört haben, Moment mal, das ist ja gar nicht so klar mit dem Klimawandel und ob wir daran schuld sind, das ist ja auch gar nicht so klar. Wir haben uns über 40 Jahre lang von Leuten erzählen lassen, es gäbe überhaupt keinen Klimawandel und wenn es ihn gibt, haben wir nichts damit zu tun und die Scherben, die liegen heute vor uns. Herr Lesch, mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort in diesem Blog, weil ich sehe, dass Greta Thunberg gerade schon verkabelt wird und fast fertig ist für das Interview. Danach reden wir weiter, aber ich möchte Sie dann ungern in Berlin dort draußen warten lassen. Gestern haben wir bei der Schlussrunde erlebt, dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten versucht haben zu überbieten, was sie selber für den, gegen den Klimawandel tun. Frau Baerbock fährt Bus, Herr Söder isst weniger Fleisch, Herr Laschet auch. Wie wichtig ist denn tatsächlich der persönliche Verzicht? Der ist wichtig, aber es muss vor allen Dingen ein Ordnungsrahmen da sein, in dem dieser persönliche Verzicht dann auch tatsächlich eben positive Wirkungen zeigt. Das nutzt nichts, wenn wir alle sozusagen unser Beitrag leisten, aber das Ganze eben nicht unter den richtigen Rahmenbedingungen, die insgesamt den Ausbau von erneuerbaren, aber hin zu einer mehr nachhaltigen Lebensweise führt. Das ist das Allerwichtigste, dass diese Kombination von Individuellen und Kollektiven zusammengeht. Das ist ja auch eine Last für viele junge Leute, die gerade denken, ich muss die Welt retten und ich muss jetzt öfter mit dem Fahrrad fahren. Das ist ja auch ein Dilemma. Na klar, na klar. Ich meine, und wenn Sie mit dem Fahrrad fahren und neben sich dann irgendwelche Großboliden sehen, die sogenannten Premium-Limousinen, die da also mit 300 PS an Ihnen vorbeirauschen, dann fühlen Sie sich schon ein bisschen, auf Deutsch gesagt, verarscht. Also wie kann denn das sein? Und das ist in der Tat auch ein Punkt, über den man immer und immer wieder reden muss. Wie können wir zum Beispiel die urbanen Siedlungsräume so vom Verkehr befreien, dass eben Fahrradfahren die Art und Weise ist, die man bevorzugen sollte. Oder öffentlichen Nahverkehr vor allen Dingen ganz stark zu machen, damit wir endlich aufhören mit dieser Individualmobilität, die aber auf der anderen Seite für Deutschland ja ein wichtiges Geschäftsmodell ist. Das darf man nicht unterschätzen. Das heißt, hier muss was passieren. Es muss Veränderung passieren. Es muss was passieren, sagt Harald Lesch. Und das sagt auch Greta Thunberg, die uns gerade schon zuwinkt und hören kann, wie ich sehe. Da ist sie in Berlin runter von... One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine... Ich kann sie schon gut hören. Ich hoffe, sie kann uns auch gut hören. Wir können sie auch schon sehen. Das Bild wird noch eingerichtet. Ich habe das Gefühl, sie kann uns noch nicht wirklich hören. Hallo, hier ist Christina Ungern-Sternberg aus Mainz. Greta, können Sie mich hören? Das nehme ich als ein Ja. Sie kann mich hören. Ich hoffe das. Ich versuche es noch mal. Hallo, Greta. Oh, ich live. Okay. Hallo, Greta Thunberg. Hier ist das Studio in Mainz. Können Sie mich hören? Also, liebe Regie, ich würde sagen, wir versuchen das noch mal neu und nutzen die Chance, um die Frage nach der individuellen Verantwortung noch mal mit Frau Professor Pittel zu besprechen. Wie sehen Sie das? Wie groß ist die Last des Einzelnen, die getragen werden muss? Es ist eine verdammt schwierige Frage. Also, was ich auch gerade, als ich Harald zugehört, Desch zugehört habe. Ich denke, jeder kann was tun. Da sollten wir uns auch gar nicht erst was vormachen. Wir können unsere Lebensweise ändern. Wir können unsere Ernährungsweise ändern. Das bringt alles was. Aber es wird natürlich nicht das gesamte Problem beseitigen. Das heißt, wir brauchen eine Mischung aus allem. Und ich glaube, Harald Lesch hat vorhin gesagt, wir haben so diese negative Geschichte über den Klimaschutz. Ich habe eher das Gefühl, wir haben sehr lange eine sehr positive Geschichte gehabt. Wir setzen ganz tolle Ziele und wir machen das alles und es wird uns überhaupt nichts kosten. Und es wird schon etwas kosten. Wir müssen die Technologien ändern. Wir müssen im Prinzip auf andere Technologien auch langfristig komplett umsteigen. Und das wird zumindest während der Umstellung schon teurer werden. Da sollten wir uns ehrlich machen. Aber nicht alles ist Verzicht. Umstieg auf dem Fahrrad muss kein Verzicht sein. Ein Verzicht aus Fleisch muss nicht als Verzicht wahrgenommen werden. Das kommt natürlich immer darauf an, von wo man argumentiert. Das ist ja auch oft eine große Stadt-Land-Problematik. Es gibt viele, die werden sagen, ich kann nicht mit dem Fahrrad fahren. Es gibt bei mir keinen ÖPNV. Ich komme sonst gar nicht zur Arbeit. Ja, das ist auch eine der großen Schwierigkeiten natürlich. Wenn wir wollen, dass die Leute, die Menschen einen anderen Lebenswandel in vielen Bereichen führen, müssen wir Alternativen auch zur Verfügung stellen, beziehungsweise diese eben entwickeln. Und gerade auf dem Land ist natürlich sowohl der öffentliche Personennahverkehr als auch teilweise, wenn es ärmere Haushalte sind, eben die Umstellung auf Elektromobilität nicht so einfach. Aber es gibt natürlich auch Konzepte und die müssen weiterentwickelt werden für zum Beispiel Call on Demand. Also, dass man einen Bus ruft, wenn man ihn braucht, damit er nicht immer leer hin und her pendelt. Es gibt vieles, was man machen kann, was aber jetzt, da hat Harald Lesch natürlich schon recht, häufig noch nicht wirklich konsequent verfolgt wurde. Aber ohne Alternativen können wir nicht ausweichen. Dann versuche ich es nochmal nach Berlin. Es tut mir leid, dass wir hier zwischen München, Berlin und Mainz so hin und her springen, aber das dürfte kein Problem sein. Greta Thunberg in Berlin. Können Sie mich jetzt hören? Ja, ich höre Sie gut. Sehr gut, großartig. Hallo Greta, vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung sind. Es ist eine besondere Sendung. Wir haben immer viele Zuschauer- und User-Kommentare und Userinnen-Kommentare. Deshalb nicht wundern, wenn ich jetzt einige Fragen stelle, die ich quasi nur stellvertretend weitergebe. Und gleich die erste kommt von einem User namens MagnumEyes. Der fragt, wie blicken Sie, Frau Thunberg, auf die Wahl in Deutschland? Ja, also jede Wahl in jedem Land ist immer wichtig. Aber diese könnte besonders wichtig sein, da Deutschland ein so wichtiges Land ist und auch so viele CO2-Emissionen schon immer in die Luft emittiert hat. Deswegen wird diese Wahl eine ganz wichtige Rolle spielen und auch wichtige Folgen haben für die zukünftigen Generationen. Und auch für diese Generationen. Das ist aber nicht die einzige wichtige Wahl. Wir müssen auch danach weitermachen. Und nur zur Wahl zu gehen reicht nicht, denn wir müssen Aktivistinnen und Aktivisten sein und mehr fordern. Denn das, was die politischen Parteien fordern, reicht einfach nicht aus, um das Pariser Abkommen zu erzielen und zu erreichen, was darin gefordert ist. Nun sehen wir hier gerade in Deutschland geht bei verschiedenen Parteien, gehen die Ideen sehr auseinander. Die Grünen zum Beispiel sagen, wir müssen eher auf Verbote setzen, denn dann erst wird neuer Erfindergeist geweckt. Und die FDP zum Beispiel sagt, nein, Verbote bringen gar nichts. Wir haben so viele Innovationen in Deutschland, wir müssen die eher fördern. Und dazu gibt es auch eine Frage eines Users namens Endeavor Say. Der fragt über YouTube, inwiefern sollte man beim Klimaschutz auf Innovation statt auf Reglementierungen setzen, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten? Natürlich kommt das jeweils auf die Situation an. In einer bestimmten Situation kann auch die Innovation sehr, sehr wichtig sein. Aber ich finde es schon komisch, dass wir immer noch über die Klimakrise diskutieren und uns fragen, ob die über die Innovation alleine gelöst werden kann. Also um die Klimakrise zu lösen, müssen wir sie als echte Krise anerkennen. Und das ist sie ja. Und man kann nicht einfach nur auf so einer Ebene darüber sprechen, unter den unterschiedlichen politischen Fragen, dass die sich da unterschiedliche Konzepte einfach zuwerfen und nur über Innovation sprechen. Das geht nicht. Gestern Abend haben wir hier in einer Sendung auch im ZDF erlebt, dass viele der drei Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin erklärt haben, was sie persönlich gegen den Klimawandel machen, also ob sie mit dem Bus fahren oder Autofahren oder Fleisch essen. Wie relevant ist das aus ihrer Sicht, ob der nächste deutsche Kanzler oder die nächste deutsche Kanzlerin wenig Fleisch isst oder viel Fleisch oder gar kein Fleisch? Naja, natürlich können solche kleine Dinge symbolisch sein, aber insgesamt müssen wir aufhören, uns auf diese einzelnen individuellen Maßnahmen zu konzentrieren und uns auf große Maßnahmen konzentrieren. Wenn jemand Kanzler von Deutschland ist, dann ist es wichtiger, was er national und international in der Politik tut, statt das, was er jeden Tag in seinem persönlichen Leben tut, zu bedenken. Und das, was der Kanzler oder die Kanzlerin dann tut, das bewegt viele in Deutschland auch unter dem Aspekt der sozialen Frage. Ein User namens Ansgar72 fragt, wie finden Sie es, dass aufgrund des Klimaschutzes, wie er sagt, alles verteuert wird? Was denken Sie darüber, dass sich sozial Schwächere das so nicht leisten können? Also ich finde, das stimmt nicht. Klimagerechtigkeit bedeutet ja Gerechtigkeit. Und natürlich können wir Klimagerechtigkeit nicht haben, ohne soziale Gerechtigkeit zu haben. Das ist ein fairer und gerechter Übergang, der erforderlich ist. Deswegen brauchen wir Klimaaktionen, die für alle möglich sind. Glauben Sie mir, Klimaaktionen, die gleichzeitig soziale Ungerechtigkeit fördern, das wären nicht die richtigen Klimamaßnahmen. Also eine große Herausforderung an die neue Bundesregierung. Ob das Pariser Klimaschutzabkommen überhaupt erreicht werden kann und welche Maßnahmen die Regierung dann ergreift, das interessiert auch viele Userinnen und User. Benjamin Rupp fragt, ist das Pariser Klimaabkommen überhaupt noch ausreichend? Man könnte jetzt natürlich hin und her argumentieren, ob das Abkommen reicht. Aber wir haben nun mal das Pariser Klimaabkommen. Und da steht drin, dass die Erderwärmung auf jeden Fall bei 1,5 Prozent nur landen dürfen und nicht bei zwei. Das ist natürlich nicht rechtsverbindlich und das ist natürlich ein Defizit. Wenn es was Ambitioniertes geben würden, dann wären sowohl ich als auch viele andere Klimaaktivistinnen und Aktivisten mehr als froh. Aber das ist halt das, was wir im Moment haben. Mehr haben wir im Moment nicht. Edu Saaf fragt ganz praktisch über YouTube. Wie überzeuge ich als junger Erwachsene meine Eltern und der älteren Generation den Ernst der Lage zu erklären? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kenne viele junge Leute, die sich dieselbe Frage stellen. Und ich war auch einmal in der Lage. Ich habe auch ganz klein angefangen. Ich habe auch erst mal meinen Eltern und Großeltern erklärt, wie wichtig es ist, das Licht immer auszumachen, keine Energie zu vergeuden, etc. Kein Schritt ist zu klein. Aber das Beste, was man machen kann, ist den Eltern wirklich zu erklären, dass sie den Wissenschaftlern doch zuhören sollen. Ob es jetzt Bücher sind oder grafische Darstellungen oder Filme oder welches Material man auch immer zurate zieht, um ihnen das wirklich immer wieder vorzuführen, um sie immer wieder daran zu erinnern. Das habe ich so gemacht und es hat ja auch funktioniert. Es gibt ja auch viele, gerade junge Leute, die haben richtig Angst. Die haben Angst vor der Zukunft. Und in diese Richtung geht eine Frage von einem User namens e.g. Was würdest du, was würden Sie denjenigen sagen, die die Klimakrise als aussichtslos betrachten und davon ausgehen, dass sich eh nicht genug schnell etwas ändern wird? Es ist unheimlich laute Musik hier im Hintergrund. Ich weiß, dass viele Leute manchmal verzweifelt sind und die sagen, gut, an der Klimakrise kann man eh nichts ändern, das ist alles aussichtslos. Aber schaut euch doch mal an, was die Klimabewegung erreicht hat. Natürlich sind wir noch sehr weit entfernt davon, genug erreicht zu haben, aber wir haben Millionen von Leuten mobilisiert und das ist der Beweis, dass wir was machen können. Wir wären keine Klimaaktivistinnen und Aktivisten, wenn wir nicht davon überzeugt wären, dass wir die Dinge nicht auch verändern können. Und je mehr Leute sich uns anschließen, desto besser. Und dann werden die Leute auch davon überzeugt werden, dass man gemeinsam was erreichen kann. Und ich bin so inspiriert und hoffnungsfroh, dank dieser Bewegung, dass ich sicher bin, dass wir die Dinge ändern können. Wenn ich mit den Leuten spreche, dann bin ich wirklich inspiriert zu sehen, dass es Leute gibt, die große Veränderungen erzielen möchten. Und die wissen, es gibt die Klimakrise und möchten die Situation ändern. Und manche fallen in Depressionen und möchten deswegen, weil es aussichtslos erscheint, gar nichts machen. Aber wenn man sich anschaut, welche Auswirkungen die Klimakrise hat, dann kann man auch sagen, ich möchte Maßnahmen ergreifen, auf die Straße gehen und das alles ändern. Eine letzte persönliche Frage hätte ich noch von Thomas B. Der fragt, hinterfragen Sie Ihren eigenen Standpunkt regelmäßig? Wie denn? Wie soll ich den denn hinterfragen? Naja, es tut ja gut, sich auch immer mal in die Schuhe des anderen zu stellen und in die Schuhe derjenigen zu stellen, die anderer Meinung sind und zu überlegen, was von der anderen Seite könnte vielleicht ein Argument sein, was ich noch nicht gesehen habe. Was an meiner Sicht könnte vielleicht irgendwie doch anders sein, als ich es bisher gedacht habe. Oder sind Sie felsenfest von dem überzeugt, jeden Tag in jedem Standpunkt, den Sie vertreten? Natürlich nicht. Ich bin immer sehr offen, auch für andere Standpunkte. Als ich von der Klimakrise gehört habe, da war ich noch ganz jung und da habe ich das erst mal geleugnet. Da habe ich den Leuten auch nicht geglaubt und ich glaubte gar nicht, dass das alles passiert. Und dann habe ich ganz viel gelesen und dann habe ich mit ganz vielen Fachleuten gesprochen. Und dann kam ich in die Situation, dass ich mir das Urteil gebildet habe, dass die Klimakrise eine Realität ist. Natürlich bin ich nicht von allem überzeugt und man muss immer offen sein. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die unterschiedlichste Meinungen haben und bin aber zu der Überzeugung gelangt, dass das der richtige Weg ist. Vielen Dank, Greta Thunberg, für das Interview und für die Beantwortung der vielen, vielen Userinnenfragen. Vielen Dank nach Berlin. Dankeschön. Und damit sind wir wieder über das Studio in Mainz in München bei Harald Lesch und Frau Professor Karin Pittel. Frau Pittel, man hat ja nicht das Gefühl, dass diese Bewegung am Ende ist. Man hat das Gefühl, sie ist immer noch sehr am Anfang. Die Argumente, die Bedrohungslage, das ist alles noch so wie zu Beginn des ersten Klimastreiks und des Beginns der Aktionen von Greta Thunberg. Aber offensichtlich ist es eine Bewegung, die gerade erst dabei ist, zu sehen, wie viel Einfluss sie auch auf die Politik nehmen kann, oder? Ja, ich denke auch nicht, dass das in kürzerer Zeit zu Ende gehen wird oder zu Ende gehen sollte. Was wir gesehen haben in den letzten Jahren, auch seit Fridays for Future gekommen sind, ist eine sehr starke Anpassung der Ziele. In Deutschland, auf europäischer Ebene, es geht vielleicht nicht so weit, wie Fridays for Future das gerne möchte, aber es ist auf jeden Fall einen ganzen Schritt weiter, als wir noch vor ein paar Jahren waren. Aber der Punkt, den wir jetzt wirklich schaffen müssen, ist wegzukommen von, die Ziele möchten wir haben und wir brauchen eine Transformation. Das wissen wir. Wir müssen jetzt langsam dahin kommen, was machen wir. Und da ist immer noch die große Lücke. Also insofern hat sich Fridays for Future auf jeden Fall bemerkbar gemacht, in wo wollen wir hin? Mehr als 100 Länder heutzutage wollen Klimaneutralität bis um 2050 herum. Aber bei den wenigsten findet man, ich weiß nicht, ob es überhaupt eins gibt, findet man tatsächlich einen konkreten Weg dahin. Herr Lesch, Sie als Wissenschaftsjournalist müssten doch eigentlich frustriert sein, dass die Welt so lange warten musste, bis ein kleines Mädchen aus Schweden kam und gesagt hat, so Leute, jetzt reicht es. Wir sehen ja schon seit Jahrzehnten ist das Thema da. Aber erst jetzt nimmt es richtig an Fahrt auf. Wie hoffnungsvoll sind Sie denn, dass sich tatsächlich jetzt auch was tut, dass die Politik, dass auch die Wirtschaft das erkennt? Also ich bin ja nicht nur Wissenschaftsjournalist, ich bin ja auch Wissenschaftler. Und für mich ist es erst mal, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, ein wichtiges Zeichen, das aufgefordert wird, und zwar offenbar wirksam aufgefordert wird, follow the science. Also hört auf die, die Wissenschaft betreiben. Und das hätte man schon viel früher machen sollen, und zwar ziemlich klar und ziemlich eindeutig. Ich habe mich eben bei dem Interview mit Frau Thunberg ein bisschen gewundert darüber, dass man ernsthaft fragen kann, hinterfragen Sie Ihre Position. Denn wir reden hier ja nicht über Meinungen beim Klimawandel, wir reden über Tatsachen. Und es gibt diesen schönen Satz, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Tatsachen. Das heißt, man muss hier schon mal klipp und klar sagen, dass natürlich die Tatsachen so eindeutig sind inzwischen, dass keine vernünftige politische Kraft mehr darum kommt, dass die nächsten 100 Jahre davon geprägt sein werden, wie gehen wir mit dem Klimaschutz um. Das ist die Aufgabe schlechthin. Und Verzweiflung ist da eigentlich gar keine Option, sondern es ist ein bisschen eher so wie Sisyphos, der eben diese Kugel da immer hochgerollt hat. Wir müssen von allen Seiten in der Wissenschaft, gerade dann, wenn die jüngere Generation dazu aufruft, follow the science, muss die Wissenschaft auch da sein, muss auch klar formulieren, was ist der Fall und was muss geschehen, damit bei den Handlungsoptionen dann auch ganz klar wird, wo es eigentlich hingehen muss. Und dann müssen wir sehen, wie kriegen wir diese Optionen umgesetzt, was passiert in der Wirklichkeit. Ich meine, wie Karin das eben gesagt hat, wir werden jetzt, müssen wir die entsprechenden Stellschrauben so drehen, dass wenigstens mal ein Richtungswechsel passiert. Also die Zeit der Diagnosen ist vorbei, jetzt geht es darum, welche Therapien werden eingesetzt. Und naja, es gibt Therapien, die sind schmerzhaft, und es gibt Therapien, die sind zunächst einmal weniger schmerzhaft. Aber wir werden uns auf jeden Fall darauf einstellen müssen, dass hier ganz gewaltige Veränderungen stattfinden. Und ganz ehrlich gesagt, ich glaube gar nicht, dass die Politik eine große Wahl hat. Sie kann gar nicht mehr um das Klimathema herumgehen. Sie muss sich irgendwie ziemlich deutlich und auch vor allen Dingen richtungsverändernd damit beschäftigen. Ansonsten wird uns die Umwelt mit ihren entsprechenden Wirkungen einfach ziemlich deutlich zu verstehen geben, dass das Lebensbedingungen sind, die für uns katastrophal sein werden. Herr Lesch, ich will den User gar nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube, ich habe ihn so verstanden, dass er nicht grundsätzlich sie fragt, ob sie hinterfragt, dass es den Klimawandel gibt und dass etwas dagegen getan werden muss. Aber was man dagegen tun muss, Das ist natürlich auch was, was sich immer weiter entwickelt. Und mit neueren Erkenntnissen wird man auch feststellen, der und der CO2-Ausstoß wird immer noch zu viel sein. Das und das Gradziel wird immer noch zu wenig sein. Also das ist ja was, worüber sich die Wissenschaft sehr wohl auseinandersetzen kann und muss. Und das ist vielleicht auch tatsächlich der konstruktive nächste Schritt. Also wenn wir alle verstanden haben, dass sich was tun muss, dann können wir konstruktiv darüber reden, wie wir das machen und wie wir die CO2-Bepreisung machen zum Beispiel. Und da habe ich das Gefühl, steht Deutschland auch gerade mit Hinblick auf die Bundestagswahl erst ganz am Anfang. Ja, aber das ist ja eine ganz andere Frage. Also die Frage, die Haltung zum Klimawandel ist eine ganz andere Frage als die Frage der Handlungen, die dann tatsächlich von Menschen durchgeführt werden. Der Klimawandel ist eine Reaktion der Natur darauf, dass wir mehr Treibhausgase eingetragen haben und es einfach immer wärmer wird. Es wird einfach immer wärmer und dadurch reagieren sämtliche natürlichen Bereiche genauso, wie man es erwarten würde. Das Eis wird weniger, das Wasser wird saurer und so weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite steht eben das, was wir in der sogenannten Anthroposphäre, also in der Sphäre des Menschen tun können. Wir können uns organisieren, wir können versuchen, Handlungsoptionen dann zu identifizieren und sie dann einzusetzen. Aber das ist natürlich auch keine Frage für eine Klimaaktivistin, sondern es ist eine Frage an diejenigen, die jetzt Verantwortung tragen in den verschiedenen Ländern. Deswegen bin ich einfach ein bisschen irritiert, dass man dieser jungen Frau eine Frage stellt, die man eigentlich einem Staatsmann oder einer Premierministerin stellen sollte, aber doch nicht denjenigen, die wirklich verstanden haben, der Klimawandel ist eine so katastrophale Herausforderung, da muss was getan werden. Und insofern ist jetzt sozusagen eine Klimaaktivistin zu befragen, wie hinterfragst du deine Position, kann ich da nicht nachvollziehen. Sondern geht es darum, um harte politische Entscheidungen und klare politische Entscheidungen. Und da muss man an diejenigen rangehen und die befragen, die tatsächlich diese Entscheidungen treffen und nicht diejenigen, die jetzt auf die Straße gehen und endlich mal ziemlich deutlich zur Stimme geben, so geht es nicht weiter. Das war mein Punkt. Wobei sie ja schon Erfahrung damit hat, Fragen zu beantworten, die eigentlich die Staatsmänner dieser Welt beantworten sollten. Und auch inzwischen Leuten wie Angela Merkel oder Herrn Guterresch zum Beispiel erklärt, was zu tun wäre. Also von daher fühlt sie sich wahrscheinlich in dieser Rolle nicht neu. Frau Professor Pittel, ich möchte gerne noch mal einen Blick auf die weltweite Verantwortung werfen. Wenn wir uns angucken, dass BMW zum Beispiel beschlossen hat, in Deutschland keine Verbrenner mehr zu produzieren, aber die Produktion verlagert, die Fertigung von Diesel- und Benzinmotoren aus dem Münchner Stammwerk zum Beispiel nach Großbritannien oder nach Österreich. Da fragt man sich, das sieht super aus für die Deutschen, das bringt dem Klima weltweit aber gar nichts. Vor allem, wenn dann die Autos wieder zurückimportiert werden nach Deutschland. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der so implizit damit schwingt. Das hatte vorhin Harald Lesch auch erwähnt über Outsourcing. Also eine Gefahr gibt es einfach. Wenn wir jetzt zum Beispiel ad hoc unsere CO2-Preise auf 180 Euro anheben würden, wir machen das, was die EU momentan plant, auch um die EU-Wirtschaft zu schützen, dann würden wir eine immense Abwanderung sehen von Industrien in andere Länder und dort dann die Emissionen. Das heißt also, es ist, die Klimakrise ist real, aber wir müssen uns auch durchaus klug überlegen, wie wir diese Instrumente, mit denen wir dagegen vorgehen, auch gestalten. Ich meine, Abwanderung nach Österreich bringt insofern dann relativ wenig, weil das auch EU ist und wir doch relativ viel auch auf EU-Ebene geregelt haben. Das ist dann irgendwann natürlich auch vielleicht auch die Angst vor der öffentlichen Meinung in Deutschland, möglicherweise auch Förderung, die ich hier kriege, die ich woanders nicht bekomme. Das sind alles Aspekte, die wir mit reinspielen. Aber das ist im Prinzip, es weist darauf hin, nicht alles, was erstmal super aussieht, ist tatsächlich auch effektiv oder ist auch wirklich sehr gut. Und da muss man eben schon genau hingucken. Insofern lohnt es sich dann auch, über was mache ich eigentlich, detaillierter zu diskutieren und nicht auf dem, wir müssen was machen, Niveau zu verbleiben. Dann sind wir gespannt auf das, was die Parteien dann nach der Bundestagswahl machen. Mich irritiert das übrigens total, Frau Professor Pittel, wenn Sie dann nach rechts gucken, dann denke ich immer, Sie gucken zu Herrn Lesch, weil das hier auf dem Monitor so aussieht. Aber der ist ja gar nicht bei Ihnen im Raum. Aber es sieht so aus, als wären Sie im Gespräch und ich freue mich, dass Sie miteinander auch im Gespräch bleiben werden, ob bei uns in der Sendung oder in anderen Sendungen oder in München ganz direkt, Herr Professor Lesch, einen hätte ich noch hinten raus. Und zwar, weil wir ja kurz vor der Bundestagswahl sind, fragt der User LookPro, Lesch for Kanzler. Also das ist in dem Fall eine Förderung. Also Sie haben hier Fans. Ist das eine Option für Sie, Herr Lesch? Nein. Alles klar. Dann sage ich vielen Dank für die rege Beteiligung. Vielen Dank nach München. Vielen Dank für die... Oh, kommt da noch eine Begründung hinterher? Liegt Ihnen da noch eine Begründung auf der Zunge oder bleibt es einfach beim Nein? Ich wollte eigentlich nur Karin noch mal grüßen und freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Ja, ich mich auch. Sehr schön. Sie wären zumindest der einzige Kanzler, der in Schnellfragerunden tatsächlich nur mit einem Satz antwortet oder mit einem Wort oder Kanzlerkandidat. Das unterscheidet Sie schon mal von denen, die im Moment kandidieren. Vielen Dank, Herr Professor Lesch. Vielen Dank, Frau Professor Pittel und vielen Dank für Sie zu Hause oder wo auch immer fürs Mitmachen und Mitkommentieren und Fragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.